Seit fast 50 Jahren sind wir von der Firma Holzkohl Ihr Fachzentrum in Haltern am See. Wir bieten Ihnen nicht nur geschmackvolle Innentüren aus hochwertigem Holz in den schönsten Formen und Farben, sondern auch Türen aus Glas, ganz nach Ihrem Geschmack. Im Industriegebiet zu den Lippewiesen bieten wir Ihnen auf über 10.000 Quadratmeter Betriebsgelände auch eine großzügige Türenausstellung. Sieben Tage in der Woche. Hier dreht sich alles um Ihre Tür. Ihr Haus ist Ihr ganz persönlicher Rückzugsort. Dort fühlen Sie sich wohl. Durch eine schöne Tür wird es hier noch viel gemütlicher für Sie und Ihre Gäste. Ein echter Blickfang. Egal, ob Sie sich für eine Drehflügeltür oder eine Schiebetür entscheiden, wir haben Sie. Neben Schönheit, Eleganz, Schall- und auch Wärmeschutz ist auch die Sicherheit ein wichtiges Auswahlkriterium. So zum Beispiel eine Tür mit Dreifachverriegelung. Sie macht Ihre eigenen vier Wände noch sicherer. Unsere qualifizierten Mitarbeiter kennen sich auf dem Türengebiet sehr gut aus. Entscheiden Sie, welches Produkt Sie haben möchten. Unser Personal berät Sie gerne. Wir bringen Ihnen Ihre hochwertige Tür direkt ins Haus. Auf Wunsch auch mit fachgerechter Montage. In diesem Fall entfernen wir erst bei Ihnen die Schutzverpackung und beginnen mit dem Zusammenbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 der ZDF für funk, 2017 bis zum ZDF für funk, 2017 um после Verpackung und zBW- auch bis zum ZDF für funk, 2017 und im Raum im refundigen. Beidee man mit der ZDF für funk, 2017 bis zum ZDF für funk, 2017 schlappen, 2022 bis zum ZDF für ein. Beidee man den Böden wir uns immer wieder ans langsam auch mit dem ZDF für funk, und zum ZDF für funk, 2020 und das ZDF für funk, 2017 Gerade der Einbau von Türen erfordert fundiertes Wissen, Augenmaß und Genauigkeit. Hand in Hand sorgen unsere Monteure dafür, dass jede Tür genau eingepasst wird. Hier zählen nicht nur Zentimeter, sondern Millimeter, das auf allen Seiten. Passgenauigkeit ist das A und O. Hier wird immer und immer wieder kontrolliert. In unserer Ausstellung können Sie sich ganz in Ruhe umsehen und sich für Ihre Lieblingstür entscheiden. Denn Ihr Auftrag ist für uns etwas ganz Besonderes. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns gerne auch sonntags zu den Lippewiesen 7 in 45 721 Haltern am See. Holz ist Leben. Holz ist Natur. Holz cool. Isso ist wichtig, dass die Frage der Schausseier, dass es vielleicht richtig gut f Kivolowitz, auf der SchauspielANA benutzen sind zum Teil der SchausseierTwo. Dieses Gram rinse changes vom Engel Chen Kalk und